Wenn wir zum nächsten Segment uns stürzen wollen, nämlich zum Thema Produkt und Nutzen, welcher Punkt ist natürlich ein Riesenthema, aber was ist jetzt besonders wichtig für unsere Überlegungen bei Innovationen für ein neues Produkt, für eine neue Dienstleistung? Ja, Riesenthema. Wie gesagt, beim Produkt sollte man sich wirklich darauf fokussieren, was der Kunde wirklich dann auch braucht. Man hat natürlich jetzt eine neue Idee, man ist begeistert davon und versucht natürlich das Produkt jetzt so gut wie möglich zu entwickeln. Oft hat man halt gewisse Eigenschaften oder Produktfeatures, die man noch aufpackt und im Endeffekt ist wichtig, dass ich ein Produkt habe, das einfach so gestaltet ist, dass der Kunde dann wirklich anwenden kann, dass diese Eigenschaften hat, die der Kunde dann auch wirklich braucht. Dann stellen Sie also die Frage, ist der Kunde dann auch bereit, diese Eigenschaften oder diese Funktionen dann auch zu bezahlen? Dann stellen Sie sich umgekehrt die Frage, kann ich nicht irgendwelche Funktionen weglassen, die einfach in der Entwicklung viel Geld kosten und schlussendlich ja dann im Kunden nichts nützen und da sind wir schon bei dem Thema Nutzen. Wichtig ist, dass man schaut, wo kann man sich ein bisschen differenzieren. Wenn jetzt der Produkt hat, das das genauso ausschaut, wenn wir das Hochbeet wieder hernehmen, wie andere Hochbeete, wo kann ich mich differenzieren, das ist dann eher der Preis. Also ich sage, okay, jetzt kaufe ich mir das billigere Hochbeet, aber ich kann gewisse Nutzenaspekte reinpacken, wo ich sage, ich habe vielleicht einen geschickten Deckel, der lässt sich auch automatisch öffnen, wenn es heiß drinnen wird, ich habe eine automatische Bewässerung, ich habe hinten einen Deckel, wo ich vielleicht im Herbst die Erde wieder leichter ausräumen kann. Also man kann sich wirklich Funktionalitäten überlegen, die einen gewissen Zusatznutzen stiften und da komme ich wieder zurück zur Zielgruppe. Wenn ich die genau definiert habe, dann tue ich mir da leichter zu überlegen, was das sein kann. Also schauen Sie vielleicht ein bisschen, was bietet Ihr Produkt, was andere nicht bieten. Lösen Sie vielleicht Probleme beim Kunden anders oder besser als der Mitbewerb und vielleicht so auch die Frage, warum sollte der Kunde genau bei Ihnen dieses Produkt kaufen? Und auch ein Thema ist, versteht der Kunde auch diesen Nutzen, den Sie da vorschlagen.